Wir wissen ja, dass das Imperium sowohl im Star Wars Kanon, wie auch in Legends viele Sklaven nutzte. Warum genau das Imperium auf Sklaven zurückgriff und was ist mit diesen Tat, erfahrt ihr heute in diesem Video. Zu Zeiten der Republik war die Versklavung von Wesen in jeglicher Form durch republikanische Gesetze verboten. Als dann das Imperium die Macht übernahm, wurden diese Gesetze jedoch schnell geändert. Denn das Imperium hatte mehrere Probleme, die es mit der Versklavung von anderen Wesen relativ einfach beheben konnte. Zunächst einmal setzte das Imperium auf militärische Stärke, um an der Macht zu bleiben und Aufstände zu verhindern. Dafür mussten nicht nur viele Truppen rekrutiert, sondern auch Raumschiffe und Fahrzeuge gebaut werden. Und für diesen Bau eigneten sich Sklaven perfekt. Sie waren sehr preisgünstig, da man für sie nur die grundlegendsten Nahrungsmittel bereitstellen musste und man konnte sie zwingen wesentlich länger zu arbeiten, als jeden anderen, den man für die Arbeit bezahlt hätte. So waren es z.B. auch hauptsächlich Sklaven, die die ersten Phasen des ersten Todessterns bauten. Für den Bau eines solchen Kriegsgerätes benötigte das Imperium aber auch viele verschiedene Materialien, die abgebaut und verarbeitet werden mussten und auch hierzu eigneten sich Sklaven sehr gut. Dabei kommt dann aber die Frage auf, ob das Imperium keine Angst davor hatte, schlecht in der Öffentlichkeit dazustehen, wenn sie die Sklaverei neu einführten und Millionen von Wesen zur Arbeit zwangen. Darum musste sich das Imperium aber aus verschiedenen Gründen kaum Sorgen machen. Meist wurden sowieso Mitglieder solcher Spezies versklavt, die eher in den äußeren Bereichen der Galaxis lebten und nicht jene, die auf den wichtigen Planeten weiter im Inneren der Galaxis wohnten. Zudem waren es meist bestimmte nichtmenschliche Wesen, die vom Imperium auch schnell als minderwertig gebrandmarkt wurden, wodurch viele Anhänger des Imperiums sich darüber sogar noch weniger sorgten, falls sie davon im Kern überhaupt irgendwas mitbekommen sollten. Diese Geringschätzung solcher nichtmenschlichen Sklaven ging sogar so weit, dass Wookies z.B. nicht als versklavt, sondern als gezähmt bezeichnet wurden, da das Imperium davon ausging, dass ihre kognitiven Fähigkeiten zu gering wären, um sie als kluge Wesen anzuerkennen. Des Weiteren versklavte das Imperium hauptsächlich Mitglieder solcher Spezies, die dem Imperium sowieso negativ gegenüber standen. Offiziell durften solche Wesen versklavt werden, die Verbrechen gegen die öffentliche Ordnung begingen. So war es natürlich einfacher, die Versklavung solcher Spezies, die offen Kritik am Imperium übten, zu rechtfertigen, als die Versklavung anderer. Das hatte dann natürlich auch noch den Vorteil, dass die Wesen, die schon vom Imperium versklavt waren, es wesentlich schwerer hatten, gegen das Imperium zu kämpfen, als wenn sie nicht versklavt wären. So wurden vom Imperium hauptsächlich Wookies, Yuzam und Tals versklavt, um körperliche Arbeit beim Abbau von Erzen oder bei der Errichtung von Gebäuden und Kriegsgerät zu helfen, die Mon Calamari und Givin, um für das Imperium Schiffe zu bauen und um ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu nehmen, für eigene Aufstände Schiffe bereitzustellen, Quarren, Ugnauts und Mustafarianer wegen ihren Fähigkeiten im Bergbau, Gamorianer und Gungens für militärische Operationen und schließlich Kaminoaner und Kalidahins für ihre Klonfertigkeiten. Natürlich gab es auch noch eine zweite Gruppe von Sklaven, die hauptsächlich der Unterhaltung dienten. Allerdings wurden diese, wenn überhaupt nur von manchen hochrangigen imperialen Offizieren gekauft. Ansonsten wurden diese eher bei Verbrecherbossen vorgefunden. Und somit wisst ihr jetzt auch, wieso das Imperium die Sklaverei wieder einführte und wofür das Imperium Sklaven überhaupt nutzte. Was sagt ihr dazu? Hätte das Imperium seine Aufgaben auch ohne Sklaven schaffen können? Hätte das vielleicht sogar die Rebellion verhindern können, wenn das Imperium nicht Millionen von Wesen versklavt hätte? Und hätte somit vielleicht auch der komplette Galaktische Bürgerkrieg nicht stattgefunden? Schreibt unten in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und vielleicht mal auf meinem Community Discord Server vorbeischaut. Und wenn ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, schaut mal hier oben rechts in die Infokarte. Da verlinke ich euch ein Video darüber, warum Doktor Evazahn eigentlich in 12 Systemen zum Toto verurteilt wurde und ein neues The Old Republic Let's Play auf meinem Gaming Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal.